Hallo, heute habe ich mal die neuen Funke Luftzäuler hier zur Vorstellung Allerdings auch schon 2018 hergestellt und ja, dann schauen wir uns die mal an So sehen die Ausschachtel wieder viel zu groß, da passen eigentlich 12 Stück rein Aber na gut, und ja, dann würde ich sagen, testen wir mal welche Und ja, nächstes Jahr könnte ich mir auch mal wieder Displays kaufen Hab leider jetzt bloß einzelne Schachteln Ja, okay, bis zur Zündung Okay, Besuch war da, auch ganz nett Und jetzt, ja, noch die normalen Luftzäuler Jawohl Und nochmal zwei Richtig cool mit dem Ton, mit der Verwandlung Und ja, dann Tschüss